Servus Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Xenoblade Chronicles. So, wir versuchen jetzt nochmal gegen Patroco und Mikkel in die Schlacht zu ziehen. Mal schauen, ob wir die kriegen. In der letzten Folge haben wir leider versagt. War gar nichts einfach, muss ich sagen. Ich glaube, ich habe da einfach zu wenig aufgepasst gehabt. Okay. Dann würde ich sagen, auf, auf in die Schlacht. Wir würden jetzt mal die Tussi hier vornehmen. Time to take you down. Wie sieht denn die Lied an? Das geht nicht. Mordet Chronicles. Nein, nicht. Sie war noch treasured zuoben. Ich bin sicher. Das war's. Ich bin debe? Oh nicht. Okay. Sieui uneasy. Okay. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das war's für heute. Das war's für heute. Oh, wir müssen Nia schon wieder down. Oh, wir müssen Nia schon wieder down. Kann ich die da nicht aufheben, ist das für ein Scheiß. Ich muss die unter den Kran hinbekommen. Geh mal wer hier hinten hin? Geh mal wer hier hinten hin? Geh mal wer hier hinten hin. Können wir den hier mal wechseln? Können wir die gar nicht mehr wechseln, haben wir? Dann wäre mir natürlich fast lieber, wenn ich jetzt die anderen nochmal mitnehmen könnte. Geh mal wer hier hinten hin? Geh mal wer hier hinten hin. Yep, just leave it to Morius. Let's go. 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 Go.